Herzlich Willkommen auf meinem Mutti-Gutti-Schein. Ich bin euer Laser und heute haben wir den 21. Jetzt ist es wirklich echt schon langsam Countdown. Okay, da hätten sie eigentlich auch ein schmales nehmen können, aber okay. Und zwar haben wir hier einen weiteren Torx und zwar den T40 und der ist meine Güte. Der hat ja fast die Ausmaße von dem Schlüssel. Der hat fast die Größe vom Schlüssel. Guckt euch das an. Was ein fettes Teil. Ja, krass. Super. Freut mich. So, Kalender. 21 habe ich letztes Mal hier gesehen. Hier, hier, hier in der Ecke. Ja gut, ist jetzt nicht mehr. Wo ist meine Klinge? Oh, richtig stark. Was haben wir denn hier schönes? Yeah, geil. Lass mich los, du Asi. Ja, der zerfällt immer mehr. Ist das echt Wahnsinn, ey. Der zerfällt immer mehr. Haben sie bestimmt absichtlich gemacht, damit man die Müllentsorgung später leichter hat. Yes, geil. Leute, wir haben endlich den LiPo. Und zwar hier den kleinen. Und zwar ist das ein 600 mA LiPo. Echt gute Ausmaße, muss ich sagen. Schönes Ding. 600 mA 10C. Mit 3,7. Ja, schöner LiPo, muss ich sagen. 3,7 war das nicht. 1S. Ist das nur 1S. Ist nur 1S. Eine 1S-Zelle, okay. Ja, stark, ey. Wir lesen mal die Bedienungsanleitung. Dann sind wir schlauer. Vielleicht steht da ja drinnen, was einer ist. Ansonsten muss ich mir wegnehmen und nochmal die Bedienungsanleitung durchlesen. Wahnsinn. Tag 21. Als Energiespender für mich dient ein LiPo-Akku. Wie dieser Akku behandelt werden muss, damit er sicher funktioniert und eine lange Lebensdauer hat, hast du sicher schon in der Bedienungsanleitung gelesen. Äh, ja. Der Akku wird von hinten in den Schacht gesteckt und muss bis zum Anschlag nach vorne geschoben werden. Achtung, wichtig. Schließt den Akku noch nicht an die Hauptplatine an. Okay. Ähm. Ich glaube, ich sollte doch nochmal die Bedienungsanleitung mal einen Blick reinwerfen. Ja, geil. Haben wir den Flugakku. Schönes Ding. Wirklich sieht ordentlich verarbeitet aus, muss ich sagen. Wirklich fein. Top, top, top. Das war's wieder. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Holleysa. Tschüss. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.